Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Arno. Mein Name ist MorgSmile. Ich wünsche ihm erstmal den Auftrag an, bevor er weg ist. Ja natürlich. Und wir gucken mal, was wir dieses Mal in unserer Mission. Oder besser gesagt, in dieser Aufnahme, was denn so ansteht. Ich würde vorschlagen, in dieser Aufnahme beginnen wir damit. Dass wir hier Fuß fassen. Wenn wir mit dieser Produktion anfangen. Lass mich mal gucken, was habe ich denn schon alles aufgebaut. Polizeistation ist da, Schule ist da. So, die Handwerker. Fenster. Fleischkonserven. Aber wir haben hier, genau. Segelschiffswerft haben wir, Depot haben wir nicht. Hafenmeisterei. Wir können ein Depot. Und wenn wir mal ein Depot irgendwo hin platzieren. Ich würde sagen, hier außen. Ne? So. Guck, irgendwo hier, so an der Kanone. Sieht auch gut aus. Da haben wir schon mal ein Depot. So. Ein Depot haben wir. Und was haben wir denn? Hafenmeisterei haben wir. Kanone haben wir. Okay. Eisenproduktion. Eisenminen. Hier ist ein Auftrag. Warte mal. Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen Problemen. Wimmelbildaufgabe? Ja, gerne. Können Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Natürlich. Dann gehen wir mal rein da. Zoom wir mal rein in die ganze Geschichte. Wo ist er denn? Der hier. Ne. Finde und hole die Nutztiere. Ja. Hier sind so viele Nutztiere. Das ist eine gute Frage, wo die denn die Nutztiere jetzt sind. Hm. Die Straßen müssten wir auch mal verbessern bei Gelegenheit. Nein. 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 Wo sind sie denn hin? Und ich störe nicht mal die Nachbarn. Das hat auch niemand behauptet, dass sie die Nachbarn. Oder hat das jemand behauptet? Das ist ja auch nicht da. Wollten Sie sich nicht darum kümmern? Ich bin noch dabei. Ich weiß noch nicht, wo du deine Kühe hin, äh. Sie werden zuschlagen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Okay, warte mal. Ich komme gleich zu deinem Wimmelbild. Was ist hier los? Gleitschutz geben. Ein neuer Auftrag. Transporter, die wir in den Gleitschutz kommen. Wir folgen dir. Hier sind noch unbesiedelte Inseln. Die müssen wir besiedeln. Transporter, das ist die nächste Aufgabe. Okay. Zurück zum Wimmelbild. Ich weiß nicht, wo diese Nutztiere sind. Das ist der Esel hier. Nee. Schiff unter Beschuss. Ah, nicht jetzt, oder? Schiff vom Stapel gelaufen. Au. Au, der hat voll gesessen. So. Okay, ich, ich, ich guck mal. Also alles gut. Die kriegen wir hin. Die packen wir. Ich seh sie nicht, diese Nutztiere. Sind die so klein, oder was? Nee. Sorry, aber... Ich kann sie echt nicht finden. Das ist hier, Kühe. Kinder. Ich seh sie nicht. Da war was. Sind das die hier? Nee, da war... Eben gerade war was. Ach, wo denn? Ja, schön. Und ich... Ich finde diese Tiere nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wo verstecken sie sich? Hä? Bin ich doof? Ist es der Hahn hier? Nee. Die kommen mal und dann kommen die wieder nicht. Ehrlich, beim besten Willen, ich weiß nicht, wo die so Nutztiere sein sollen. Das ist der Brunnen. Das ist der Brunnen. Die meint das wirklich hier. Das muss ja... Da war irgendwas immer, aber... Jetzt ist es weg. Ist das dieses Lamm? Nee, das ist kein Lamm. Ein Hund da... Da war's doch. Da war's. Ich muss wieder langsamer machen, vielleicht finde ich das. Was soll denn denn das sein? Hier, das muss ja nur hier. Schiff vom Stapel gelaufen. Sehr gut. Du willst heiraten? Nicht zu glauben. Ich find's nicht. Keine Ahnung wie, aber... Das sind nicht die Hühner. Das ist auch nicht der. Ist das ein Bug oder sowas? Ist das jetzt auch egal? Ich muss... Ich habe noch andere Aufgaben. So, segeln Sie die. Okay. Was? Setzt die Segel. Wo ist es denn hin? Steuermann. Sehr gut. Ist das? Nein. Wir haben alles unter Kontrolle. Gut. Also wie gesagt... Die nächste Aufgabe wäre jetzt hier... Eisenherstellung. Metallherstellung. Stahl... 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 Eisenmine. Braucht. Wir haben doch hier eine Eisenmine. Hier ist Eisen. Und hier wäre Eisen. Ne? Können wir auch mal direkt die Straßen hier durchziehen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Wo? Ach, nee. Ah. Okay. Die nimmt schon die zwei. Wir müssen echt die zwei Inseln noch einnehmen. Wo ist der Transporter jetzt hier? Das müssen wir jetzt allererstes machen. Oder wir nehmen uns einfach ein Schiff von hier. Oder? Naja. Lass uns lieber von hier ein Schiff nehmen. Komm mal schnell bitte hier rüber. So. Die Produktion aufhalten. Komm, unser Schiff bloß nicht zu nah. Oh, der knallt ihn da richtig was ein. Jeder macht. Da ist er weg. Ah, der war es da drin. Im Bug gab nichts. Uninteressant. Okay. Wir gehen mal hier hoch. Okay, das Schiff. Schiff vom Stapel gelaufen. Einsatz bereit. Komm mal bitte gerade hier rüber. Wir müssen nämlich die Insel noch schnell einnehmen. Die möchte ich nicht die Konkurrenz lassen. Äh, die Eisen nimmst du mit. Und ich glaube Holzbretter waren das, ne? Und ich mich nicht irre. Schona steht bereit. Dann fahr mal hier zu dieser Insel und nimm die mal ein, bitte. Zink, Steinkohle. Ja, wer weiß, für was man, für was das, keine Ahnung. Ich weiß, das Spiel ist ewig hier immer. Okay. Wir machen das jetzt so. Wir bauen die Straße. Und hier. Ich glaube, drei Felder sollten wir mindestens absichern. So. So. Am Rand hier den Berg entlang. Genau. So. Okay. So. Okay. Das haben wir. Dann brauchen wir noch mal Kohle. Die Kohleproduktion. 100%. Kohle. Ach so. Das können wir noch machen. Wir können ja mal gucken. Das habe ich nicht im Schirm gehabt. Eisenproduktion. Ich muss mal gucken, ob... Wir brauchen eine Eisenmine. Madame Cairn fragt, ob sie bereit sind, ihre Aufgabe abzuschließen. Ja. Genau. Allianz. Kein Problem. Hier ist die Allianz. Aha. Wir wollen es nicht übertreiben, ne? Ist diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Wir können ja schon mal hier... Ach, gerne. Das nenne ich doch mal Harmonie. Ich dachte mir schon, dass du gut bist. Was hast du denn dir dabei gedacht? So. Schiff vom Stapel gelaufen. So. Also. Eine Eisenmine. Und eine Kohle. Und ein Hochofen. Also. Also wir können... Ja, genau. Wir brauchen noch zwei Hochofen. Hochöfen. So. Bevor wir aber das machen, müssen wir erstmal hier... ...ein Lager einrichten. Das angesteuert werden kann. Von allen Seiten. So. Okay. Ich hoffe, es ist... Sieht beschäftigt aus. Da kommt jemand. Ich glaube, so ist richtig. Ja. Das wäre das Richtige. Jawohl. So. Jawohl. Die können wir auch schon mal. Just one second. Bleib ruhig. Und ein Stahlwerk. Ein Hochofen. Wir können eins... ...zwei Hochöfen hier hinstellen. Ich hoffe, das ist so richtig. Oder ist das so richtig? Zwei Hochöfen. Wir werden es gleich sehen. Und... ...zwei Stahlwerke. Und das wäre es dann. Wir starten mal einen Hochofen. Sie versuchen es zumindest. Ich weiß, dass auch Samuel... ...niemals aufgegeben hätte. Genau. So ist das richtig. So rum. Jawohl. Und jetzt... ...haben wir nochmal hier... ...warte mal. Ähm... ...den Stahlwerk. Es ist keine Schande, Waffen herzustellen. So sie der Verteidigung des Empire dienen. Okay. Die Produktion läuft. Wunderbar. Wir müssen aber... ...ich meine... ...wir müssten da nochmal... ...ne Feuerwehr hinstellen. Sonst brennt uns hier nämlich... ...die Bude weg. Äh... ...ne Handwerkskammer... ...würde ich auch gerne... ...hier hinschieben. Vielleicht können wir die... ...so genau... ...die Handwerkskammer... ...und die Feuerwehr natürlich. Ganz wichtig. Ohne Feuerwehr... ...wär es wirklich doof... ...das Ding hier zu betreiben. Ohne Feuerwehr... ...würde ich das sehr ungern betreiben... ...das Teil hier. So... ...die Feuerwehr auf jeden Fall. So... ...jetzt müssen wir nochmal... ...kurz... ...kurz zurück... ...kurz hier nochmal rein. ...die E-Teams alle verkaufen. So... ...Kohle... ...50... ...auf 20... ...50 auf 20... ...jawohl... ...ähm... ...der Stahl... geht auch noch mal von 50 auf 20 wir müssen noch genau das schiff müssen wir noch bereitstellen dafür jetzt haben wir es genau umgekehrt von 50 auf 20 jawohl 50 auf 20 das müssen wir natürlich auch in den bei unserem schiff ganz klar mit das lassen wir natürlich noch mal aufwachsen klar unsere handelsroute wo ist denn das die handelsrouten da war immer es posten die worte könnte es auch immer noch mal in klammern also 1 in klammern worte klammer zu dann weiß ich auch die worte es geht ja okay das funktioniert leider nicht da geht die worte vom stapel gelaufen genau die worte muss beladen werden mit kohle reisen und wieder da verkauft und dann noch mal in die worte bis rüber zum links die torte ladeste noch mal kohle dass wir das haben wir denn da die beiden ok kohle das hier eisen und stahlträger stahlträger rein und dann weg damit genau die worte und das müssen wir auch noch mal hier umbenennen das ist nämlich wir genau annehmen so finde ich besser wenn es ein bisschen sortierter ist alles klar wir haben auch noch mal da da geht schon wieder das geht direkt runter wir haben diese kettenproduktion in den griff bekommen wunderbar noch mal ein stahlwerk klar und hier jetzt ist erstmal nichts dergleichen da nicht nicht allzu viele änderungen hoffe ich nein in diesem platz zum sitzen gut bankrotterklärung mag es in den miesen ja das ist klar allianz zivilisierte nationen ein starker allianz zwischen stolz nation wurde besiegt besiegelt die neue partnerschaft ist bedeutsam für die kurz und mittelfristige zukunft beider seiten die abmachung wurde von der von den diplomaten in rekordzeit ausgehandelt gehandelt und was noch wichtiger ist auch unterzeichnet einsatz verschlafen ist auch versucht zu helfen macht die dinge aber nur noch schlimmer ach gut da muss ich jetzt mal ein foto machen die insel eines konkurrenten wurde genommen was wer hat wem eingenommen wurde vernichtet oder mitstreiter wurde vernichtet werden er hat ihn kalt gemacht oder wer jemand hat den kalt gemacht die wächst und wächst der stapel gelaufen vor der müssen wir uns echt in acht geben kann nun müssen wir herstellen auf jeden fall kann und dass du nicht siehst was sich zu deinen füßen auftut bleibt doch mal ruhig ganz ruhig hier fräulein sieht ganz so aus als wären deine leute zum kämpfen bereit ganz ruhig so die nehmen wir noch mit die auch geht es hier hoch auf diese insel wo ist sie denn gucke ich in die richtung da ist sie doch die insel muss ich auch noch hoch klar nehmen wir die ein so liebe leute die folge ist wieder zu ende ich sag erstmal danke fürs zuschauen wir haben es geschafft liebe leute wir haben es geschafft ich habe es endlich geschafft dass wir dieses stahlwerk bauen das freut mich und schade um den einen mitspieler das ist echt schade jetzt sind wir nur noch nur noch drei ich weiß nicht wie das ist ob da noch zusätzlich welche dazu kommen aber ich glaube eher weniger wir können noch mal der dame bevor wir abschließen um eine aufgabe ersuchen ich melde mich bei dir wenn was anliegt okay ist gut beleidigen einschmeicheln du hast völlig recht meine tante sollte sich besser ein beispiel an mir nehmen sehr gut schade dass sie den weg getilgt hat das ist halt nun mal so kann man nicht ändern so wo bleibt ja mein kleines schiff hier das kommt so wir sehen uns in der nächsten folge ich sag wie immer danke fürs zuschauen liebe leute abonniert den kanal wenn er euch gefällt und wir hören voneinander im nächsten video bis dann ciao